Kennt ihr Noor Inayat Khan, eine indisch-amerikanische Spionin im Zweiten Weltkrieg, die ihr Leben riskierte, um gegen die Nazis zu kämpfen. Geboren in einer adeligen Familie, aber anstatt eines luxuriösen Lebens wählte sie den Widerstand. Als Funkerin für die britische Special Operations Executive in Frankreich sendete sie entscheidende Nachrichten. Trotz ihres ruhigen Äußeren war sie unglaublich mutig, entkam mehrfach der Gefangennahme und setzte ihre gefährliche Arbeit fort. Ihr Ende war tragisch. Verraten, gefangen genommen und im KZ Dachau ermordet. Noor war erst 30 Jahre alt. Ihr Vermächtnis? Ein George Cross für unermüdlichen Mut. Noor Inayat Khan, eine wahre Heldin des Krieges, deren Geschichte nicht vergessen werden darf.